Ja Leute, herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo von dem neuen Projekt Minecraft Season 1. Und zwar wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass die ersten Folgen jetzt, die sind schon etwas älter. Wir wollten die jetzt nicht wegwerfen, weil wir wollten nicht nochmal neu anfangen. Wir haben nämlich eine richtig geile Idee gehabt, oder wir haben sie immer noch, und wir wollen einfach weitermachen und nicht wieder neu anfangen. Und deswegen werfen wir die alten Videos nicht weg, sondern ich habe halt versucht, die waren asynchron, die wieder synchron zu kriegen. Also halt Bild- und Videomaterial. Und ich habe versucht, das so einigermaßen hinzukriegen. Müsst ihr euch mal angucken, es müsste gehen. Die neuen Folgen, ich weiß nicht, ab welcher Zahl die jetzt anfangen, auf jeden Fall sieht man das. Weil die neuen Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, die sind von der Qualität erstmal besser, und die sind auch mit Shader gespielt. Und ab dann wird es auf jeden Fall richtig geil. Aber die alten Folgen sind eigentlich auch noch ganz gut. Ja, das wollte ich nur noch sagen. Wundert euch nicht, dass es keine richtige Ab- und Anmoderation gibt, weil, ja, durch das Hin- und Herschieben der Tonspur sind die teilweise verloren gegangen. Und ihr kennt das ja, hier haben viele sich die Aufgabe gemacht, die An- und Abmoderation kaputt zu machen, indem sie reinreden. Also, übliches Spiel. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei dem Projekt Minecraft Season 1. Ach übrigens, es kommen noch ein paar Projekte. Ciao.